So, füllt sich's? Ja, füllt sich. Das letzte Grundrezept, bevor ich es zu dem Stuffcore of the Primal machen kann, und ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt noch brauche. Ich schau mal lieber nach. Brauchst du noch, ja. Ja, den brauchst du noch. Gut. Dann wäre ich jetzt auch gleich da. Ich regle auf meine Wolken aus blauem Rauch. Vor allem wegen Nachtsicht. So, du nimmst den Zeitusmondus und machst das noch da. In der Ecke. Äh, hier. Jo. Und das normale und langweilige Salz. Mundane Salt halt, ne? Mhm. Yay, und nochmal 17 Herzen. So, das Salz ist drin. Äh, ja, passt, danke. Nee. Nee. So. So, das nächste, was ich mache, ist dann Very High. Hey, das mache ich dann später mal mit allen von euch. Hat aber noch ein bisschen. Ich habe erstmal jetzt die Grundrezepte zusammen gebastelt. Ja. Was ich irgendwie gehört habe, dass da Creeper-Köpfe helfen sollen. Können das? Alles hilft da. Creeper-Köpfe sollen eigentlich, ähm, das instabilisieren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß es nicht. Die anderen Köpfe helfen allerdings. Eben, ich habe jetzt hier die Köpfe, von denen ich sicher weiß, dass sie gut sind. Also Zombie und Skelett, die habe ich hier eingebaut. Dann habe ich hier eben die Crystal-Clusters, von denen ich weiß, dass die helfen. Und davon könnte ich noch viel mehr aufstellen, dann kann die mit mir laufen. Auf dem Dark-Server hatte ich, ähm, den ganzen Bereich, der hier stand, mit Kerzen, Kristallen und Köpfen ausgestellt. Und es war trotzdem unglaublich instabil, weil ich zu dem Tag noch nicht wusste, dass ich keine Nodes in der Nähe haben darf. Weil die Nodes, deswegen steht das Teil da hinten und nicht hier oben drauf, wie ich geplant habe, weil hier die Nodes sind. Ah, ja, weil ich auch irgendwie gehört habe, dass der, keine Ahnung, wie man das Ding überhaupt nennt, äh, dass das auch unten drunter nach Köpfen und nach Items sucht. Das ist der Infuser. Ja, der Infuser. Also der sucht auf jeden Fall in einem, in einem großen Umkreis nach Nodes, also. Ja, ich meine halt auch noch Köpfen und so. Ja, das ist unwichtig. Bis, bis, bis ich das Very High versuche, werden wir wirklich, warte mal kurz, wie viele Sachen sind das eigentlich? Ich glaube, da brauche ich sogar noch ein weiteres Podestchen, das ist eh unglaublich asymmetrisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nee, passt genau. Ich brauche 32 von jedem Aspekt und 64 von Präkantatio. Das heißt, irgendwie, wie das kriege ich aber hin, das ist leicht. Instability Very High. Also, ist besser als Dangerous, aber wow. Das heißt, ich müsste irgendwie euch beiden jeweils drei Items in die Hand geben, auf die ihr aufpasst, und ich gebe mir selber zwei, weil ich hier der Magier bin. Okay. Ob ich kein Problem bin. Aber erst, wenn es soweit ist. Was ein Krampf. Was denn jetzt schon wieder? Ich brauche einen Titanenblock, und für diesen Slumber brauche ich Rutil Oil, das wird zu Impure Molten Titanium. Und dann brauche ich... Reicht schon, ist okay. Hier. Dürfte, glaube ich, gefallen. Magnesium brauche ich dann noch. Oh, ich sage, ihr Blumen sind geil, aber die brauchen wir gerade nicht. Schade. Hast du gemerkt, ich hätte in die Käste geparkt? Können sie aber nicht. Und sie sehen schick aus. Schon. Aber die sind halt schnell wieder kaputt. Sind sie? Ne, die halten noch ein Endlich, meine ich, oder? Ähm. Das kann sein... Also, wenn sie in Verwendung geraten, nicht. Sagen sie nicht in Verwendung geraten, sollten sie Ewigkeit. Ja. Ich stelle mir eine einfach hier auf. Was war das denn jetzt gerade? Hm? Das ist ein ganz komisches Geräusch. Vielleicht mich wegteleportierend? Ne, das war so ein irgendein komischer Mob, der gerade runtergefallen war. Der durch den Schach gefallen war. Das war kein normaler Mob, das war irgendein so ein Mod-Mob. Ne, das war so ein... so ein Mod-Mob. Das war so ein... Ein bisschen höher halt. Okay. Okay. Kann ich einfach nicht. Ich komme nicht auf die Tonhöhe. Ich bin auch erkältet, aber das hört man nicht mehr. Es klingt nach einem von diesen komischen blauen Zwergen-Ousten-Triat-Force. Das haben wir doch, glaube ich, gar nicht. Und so... war so ein komischer lila Block oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lila. Die Serie Blumen, wachse. Oh, die ist wirklich... Ach, die hat wirklich eine Wachs-Animation. Cool. Du wirst mich sehen, wo. Ich hab die schon hingestellt, die ist fertig. Ja, wo ist die denn? Hier, auf... bei unserem Weg. Ah. Da hinten. Hey. Und sie ist wirklich hübsch. Ne? Siegen ja auch Licht ab. Sie müssen Licht abgeben, oder? Oh. Kaputt machen. Willst du halt? Braucht jemand eine Pickaxe? Hier, kriegst du eine. Ich hab selber eine. Ach, dieses Kreischen. Ach, dieses Kreischen. Oh, Hop-Seed-Zapling. Ascended-Glitch? What the fuck? Oh, wenn wir für die Primal-Charms... Weiß ich nicht. Gold und für jeden eins, okay. Einfach mal pflanzen. Was könnte dabei denn schiefgehen? Außer alles? Mhm. Außer alles. Eigentlich nichts. Oh. Ähm, ich hab lauter Infused-Sound für dich. Und wie fern den Fused-Zone? Ach, das, ja. 16 Stück von jedem wahrscheinlich, ja. Das heißt, ihr claimt jetzt die Quests alle schon mal hintereinander, oder wie? Ja. Ist unwichtig. Wir nehmen nicht auf. Ja, ja. Ich wollte es nur wissen, sonst hätte ich das alles zusammen. Aber okay, dann machen wir es alle einzeln. Äh, es sind ja plötzlich ein Schimmerleaf. Bei dir oder bei System? Äh, ich hab noch Platz bei mir, ja. Da in die Käste reinpacken. Nicht zu mir hinzuschmeißen. Da, nein, hier, 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 hier. Hier, wo ich hüpfe. Ja, du sagst doch nicht zu dir, so. Kein Steck-Turt. Yay. Boah, okay, kann man brauchen. Und Anna-Lily-Seeds, und... Nein, lauter Pären. Du hast die in das Loch geschmissen. Was mein Ziel war. Natürlich. Kann man zunächst gebrauchen. Huch. So, welche Reihenfolge? Gelb, rot, blau, grün, weiß, schwarz, okay. Tu mir mal einen Gefallen und tu die mal unten rein. Gelb. Rot. Blau. Ja, meister. Wir haben ja keinen Platz mehr, aber egal. Pferd, mach mal noch zwei, Amy-Dry. Ist ja kein Ding. Oh, noch zwei. Oh, okay. Ja, einen für fluid und einen für item, ne? Naja. Äh. Ach so, das muss ich hier neu einstellen, wahrscheinlich, hier. Ich hab'sfeito Bock. Bei Flood haben wir eigentlich mehr als genug Speicherplatz Echt? Ja Was heißt das? Okay Das heißt, dass wir kein Speicherlust für Füßigkeiten mehr brauchen Was heißt das? Oh, geile Rüstung Was macht die Rüstung denn? Protection 5 Thorns 5 Klingt nett, ja Die Rüstung, die ich schon anhabe Problem ist Das Rezept, wo wirklich die Instability Very high ist Ist das, wo ich die ganzen einzelnen Stäbe Für brauche und Die hätte ich theoretisch alle zweimal machen müssen Und dies nochmal zweimal zu machen Dauert wieder ewig Deswegen pappt einfach so viele Köpfe hin wie möglich Ja, egal Hoffen wir einfach mal, dass es klappt Hm? Eben, aber erst später Erstmal muss ich hier noch alles mögliche Modifizieren Die Köpfe mag ich nicht Ich glaube, ich mache ein paar Kerzen Ja, warum nicht Wir sind auch gut So, dann klem ich mal hinterher Da ist eine Boah, halbes Herz Das jetzt ja voll nutzlos geworden ist Ähm Ja Wo finden sich die Kerzen in den Rezepten? Wahrscheinlich irgendwo Hier? Standardbereich? Nein Äh, bei Magic Teller wahrscheinlich Nein, bei Magic Teller wahrscheinlich Nicht auf die Nerven, ja Ähm, Magic Teller wird hier unten sein Also das mit dem Blinken, das ne erst Ich probiere mal, ob es ein Redock 2 Wäre jetzt interessant zu wissen, ja Plömm Nein, tut's nicht Okay 20 vor der Holding Quest, na dann Das ist keine Spaß, ich werde Ja Go with the flow waren auch ganz viele Joah Warum ist es wieder so viel Müll? Leider Egal, davon ist fast 400 Leben Ja, also so über 1000 müssen wir schon noch, oder? Ja, das schaffen wir noch 3FW 3, Herr Mann, na dann Lohnst du doch die Taschen noch zu öffnen? Können wir es nicht besser automatisieren? Nein, die öffnest du selber Das wäre interessant Yay, Redstone Yay, Reactor Casings Yay, Fluidsdeutsch Die würde ich brauchen Und Yay, Instrumentum Messenger Das sind alles repeatable Quests, merk ich grad Was? Die ganzen Fluid-Dinge Echt? Kann man doch nochmal 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 abgeben Ja, aber Ja, aber Ja, aber doch Ja, aber nein Ja, aber doch Die sind alle saue einfach Hast du hier, hast du da Hast du nicht Vor allem die Scheiß-Quest Da packst du ja weg Apropos die Scheiß-Quest Ja, die Tiere wollen irgendwie nicht mehr, ne? Die sind jetzt alle Ja, das wird einfach nicht mehr importiert ins AI Das weißt du doch Nee, die Es gibt doch keine Nachkommenschaft mehr Das meine ich Kein Kein was? Keine Nachkommenschaft Die Viecher sind alle frigid geworden Alle gleichzeitig Oh Ja, das geht nicht Oder Homosex Gut, das wäre auch eine Möglichkeit Ich würde vielleicht ein bisschen nachholfen Viel Spaß, also das Automatische mit weißen Stopfen bringt nichts mehr Hm Vielleicht werden wir ihnen zeigen, wie es geht Das wäre dann aber auch Homosexualität Ja, anders geht's runter, nicht? Melanie ist gerade nicht da Ach, die ist da, aber sie ist schon gemütet Ich bin da Nein Bzw. eben nicht zur Verfügung Du müsstest uns mal helfen Unsere Kühe wollen nicht mehr vögeln Tja Was habt ihr mit ihnen angestellt? Ja, das müssen wir selber nicht Mhm Das ist das Schlimmste, was wir da sagen können, weißt du Nö Hey, Yellow Haken ist da Und nochmal drei Frotschen, drei Hämmer Und Rüstung 412 412 war's Herzen Ui 412 412 412 412 412 512 Aber jetzt kriegt man auch irgendwie andere Fische, das finde ich cool. Butterfly-Fische und Netafische habe ich auch gekriegt. Longs Lifespin Serum. Exzellente Qualität. Können wir nicht brauchen, ne? Du willst ja ne kurze Lebensdauer viel Bienen. Oder? Warte mal, wo war das? Ich habe hier in der Reward-Pack ein Longest Lifespan Serum bekommen. Longest Lifespan dürfte ich glaube ich schon haben. Warte mal, lass mich jetzt mal gucken. Und welches? Ist das von Genders Tree oder von dem anderen? Extra Bees. Okay, warte mal. Ja, guck selber. Ja, Longest habe ich schon. Egal, danke. Hast du jetzt zwei von? Oder drei oder vier? Sechzehn. Okay. So viele. Na ja, in dem einen Ding sind ja sechzehn Charges. Achso. Achso. Ja, gut. Achso. 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 Jetzt schon wieder. Mhm. Aber hey, Deko. Yay. Können wir nicht benutzen. Und ein Blood. Ein, was? Block Update Detektor. Ah. Okay. Wir versuchen, wenn wir das brauchen. Bestimmt. Irgendwann. Vielleicht. Die Kerzen sind vorteilhaft, weil sie einfach durchlaufbar sind. Echt? Die Kerzen haben keine Headbox, ne? Oh. Achso. Und dann stellst du mir einen hin, oder wie? Ich hab nur den einen, ja. Ja, das bellt mich zu. Du musst halt n' Bad. Wie? Und so ziemlich jede Liquid Crest nochmal. Na dann. Lame. Wir brauchen ne Marshmallow Form. Wir brauchen eine funktionierende Marshmallow Farm. Ja, stimmt mich dazu. Am besten diese Waldmarshfumms da. Juniper und Inbarscheren. Und Effizienz 3. Ja. Es wird nie langweilig. Nö, kommst doch raus. Weiß ich, nicht? Wir brauchen nichts mehrmals. Also der, dass viele Liquid-Quests sind, um die man sich hier kümmern muss, huch. Wow, ist denn zwei repeatable, stimmt's? Nur noch die, ähm, Bags, ne? Naja, klar. Das haben wir schon zu genüge, oder können zu genüge herstellen. Naja. Brauchst du die Bienen noch, oder kann ich alle dumpen? Wenigstens kriegt man von den Quests nicht so viel. Oh meine Güte, sind da viele. Brauchst du die Bienen noch, oder kann ich die dumpen? Was, welche Bienen sind? Welche? Attuned Princess und Papadrone. Ja, schläg mal in irgendein Chest bei mir hinten. Sind wo viele? In dem Holzkasten, in den hatte ich vorher gar nicht geguckt. Ey, krass. Man sieht echt keine Wand mehr. Hä? Ja, weil da so viele Wisps sind. Achso. Hab ich schon. Was? Hier. Was hier? Ja, meine Mutter hat gesagt, dass ich mir den Weckerlein von morgen stellen soll. Ich hab gesagt, hab ich schon. Achso. Ich hoffe, mit deiner Mutter zu reden. Guck mal. Ich guck mal, ja, ich guck mal. Huch. Wann kann man ja eigentlich rein? Ja. Rami ist neu. Äh, ne, nicht nach ganz unten. Huch. Ja. Ja. Nur da sein. Viel Spaß. Danke. 437 Leben. Hi. Äh, Unbound Crystal. Der hast du, glaub ich, noch auf Teleport eingestellt, ne? Ja. Ja. Eins Knie. Sind ein paar, wa? 144 Leben. Ja, doch.